Ja hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's. Diesmal habe ich Special Munition gemacht. Ich bin gespannt. Ich habe auch diesmal meine Freundin mitgebracht, die etwas länger ist und die würde auch mal gerne Hallo sagen zum Daddy. Meine dicke Wumme ausgepackt. Ich frage mich immer noch, wow, Ich frage mich immer noch, wie man an die Kettensäger rankommen. Biss dich. Haha. Das ist keine Munitionsverschwendung, das muss so. Der hat mich voll verarscht. Ne, mach das mal nie. Verarsch mal bitte keine Leute hier. Haha. Daneben. Wieso geht denn das mal? Wieso geht denn das manchmal nie? Oh, was ist denn das? Ihhh. Mach das weg. Mach das weg. Aber warte mal, hier ist eine Kiste. Oh, schnell. Oh, an die Kiste. Hä? Was hat der jetzt gemacht? Wieso? Hä? Äh. Ne, mach das. Hör mal auf damit. Ich habe gesagt, du sollst auch schon damit. Ich habe kein Heelsdorf, ne? Oh, ich kann die Kettensäger nehmen. Oh. Jawohl. Alles klar. Gut. Ich habe es verstanden. Kannst du mal bitte. Ey, der macht die Leichen kaputt. Okay, ich glaube, das ist gefährlich. Okay. Ich darf glaube, das Problem ist, ich darf wirklich keinen Schaden mehr nehmen. Oh. Oh. Mutti. Kannst du mal aufhören, die Säule in der Mitte. Die bleibt stehen. Geht die kaputt? Ne, ne, ich glaube nie. Der hat durch die Säule gehauen. Habt ihr das? Der hat jetzt nicht wirklich durch die Säule gehauen. Ach komm. Oh. Okay. Na gut, aber wir kriegen das hin. So, diesmal schnell hier wieder hoch. Ganz schnell. Alle Sachen einpacken. Äh. War hier nicht sonst immer was? Hä? Hab doch gerade hier... liegen die Sachen random rum? Oh Mann, ey. Das ist schlecht. Okay. Na, schlecht. Mal gucken, wie es hier unten aussieht. Okay, hier ist auch nix. Und... Hier ist auch nix. Ja, oder habe ich die... Guck mal, ich habe die... Ich habe die, glaube ich, schon einste... Ey, wieso habe ich die schon einstecken? Egal. Wir haben die schon einstecken. Okay. Ähm... Heal Stuff. Und Munition. So. Und los geht's. Nachladen. Ich glaube, ich muss... Ich muss am Anfang mehr mit der Schrotflinne spielen, weil die Schrotflinne doch... ...wesentlich mehr Damage macht. Ähm... Aber wir haben halt nur... ...limitiert Munition. Ah, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Piss dich, ey. Ekliger. Ich will ja gar nicht rutscht. Töten! Ne, war ein Spaß. War ein... Spacecan. Bin ja schon lange nicht mehr. Idi. Die. Achso, ich muss nachladen. Warte mal ganz kurz. Warte, wo läuft denn der hin? Ich bin hier. Ist ja fast schon eine Beleidigung, dass er mich hinter der Säule nicht sieht. So dünn bin ich nicht. Du bringst mich hoch und ich komm sofort zurück. Die Tumore müssen getötet werden. Oh, oh. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt, jetzt auf ihn zu... Ich hab das Gefühl, dass es gar nichts bringt. Dass er sozusagen... Ja, dass es einfach nur Munitionsverschwendung ist. Guter Junge, jetzt geht's los! Kettensägen-Massaker. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Kettensäge kommt. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Kettensäge kommt. Ouh. Ouh. Juhu Nimm das. Oh ja jetzt juhu ey Hä? Hallo. Motor einschalten, was? Oh, ne, oder? Alter. Ich muss nen Motor einschalten. Darf doch nicht. Was dress repent der immer mit der Säule. Die geht doch ne kaputt hoffentlich oder? Oh, die hat schon ein bittel... an die leiche dave jetzt auch ein bisschen gar auskrankten heilen 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 das problem sie haben jetzt kein hilfsdorf mann der mauchte die säule johann oh ja sehr gut sehr schön hinterlüftig ein egelpack geht ich glaube ich solle geht kaputt nicht oder mal auf motor Oh! Ah, scheiße! Oh, oh! Oh, das sieht gesund aus! Das sieht gesund aus! Das sieht gesund aus! Achso, ich dachte, der stirbt jetzt. Oh, was? Guck mal! Hä? Als ob! Hör auf mit dem Scheiß! So, neuen Aftereingang braucht der auch. So. Hui! Okay, wir wissen natürlich, aber eigentlich, wie will der jetzt noch wieder auferstehen? Der ist doch jetzt tot eigentlich. Und wo hat er den Hundekopf eigentlich hingemacht? Das ist die nächste Frage. Erste Hilfe. Es hält immer die Frage auf... Okay, komm, das setzen wir jetzt mal ein. Aber schön zu wissen, dass wir da erste Hilfe hatten. Okay. Gut. 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 Dann kommen wir auch wieder... Was? Nee, ich nehme die mit! Bist du blöd im Kopf? Als ob, okay. Piesacken, Piesacken, Piesacken. Okay, wir haben hier nichts mehr. Ich gucke lieber nochmal in allen Ecken hier. Hier kommen wir auch nicht durch. Okay. Guti, dann kommen wir hier raus. Und ich könnte meine Facecam mal wieder anmachen. Sehr schön. Uns fehlt natürlich jetzt immer noch der Hundekopf. Wo ist denn der? Haben wir den jetzt? Achso, wir haben den. Achso. Hier unten kommen wir nicht rein. Da brauchen wir den Schlüssel der Schlange. Und wir wissen natürlich jetzt, wo wir hin müssen. Zum Ausgang. Was definitiv nicht der Ausgang sein wird. Aber, ähm, gut. Wäre das Spiel auch, glaube ich, ein bisschen kurz. Wir wissen ja auch, dass wir haben ja die Alte draußen auch rumlaufen sehen. Also, ich denke mal, ich denke jetzt einfach mal. Das kann natürlich wirklich sein. Ich kann es mir halt nicht ganz vorstellen, dass das jetzt schon das Ende sein wird. Wäre witzig, wenn wir jetzt das Spiel durchgespielt hätten. Mal gucken. Vielleicht haben wir es wirklich fast durchgespielt. Ähm, ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Okay. Hier kommen wir noch nicht durch. Ich gucke nochmal überall. Hier gab es jetzt auch nichts mehr, ne? Naja, okay. Gut. Dann gehen wir mal zur großen Eingangshalle. Und werden mal den letzten Hundekopf einfügen. Ich bin gespannt wie ein Flitzer. Ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Die will mich ja wohl verarschen, die Alte. Ne, ne, pass mal auf hier. Alter, ich dachte... Ich dachte, das Essen wäre ein Grafikfehler. Also, die Alte ist ja ein Grafikfehler, aber... Okay, ich speichere mal lieber. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Outlast gemacht. Ganz schlechte Erfahrungen mit Outlast gemacht. Okay, kann ich schon zumachen. Warum steht die hier? Ich mag die nicht. Bleib ja da stehen, ne? Ich will mal es nachprüfen. Ich glaube, der Alte nicht. Es war so klar. Wo ist die? Stech dich ab. Hä, aber die Alte weiß doch jetzt, dass wir hier rausgehen. Moment. Egal. Okay, wir sind aus dem Haus raus, aber noch... Die Musik? Aber noch nicht aus dem Anwesen. Okay. Scheiß Hollywood-Schaukel hier. Ist schon an sich, ne? Wenn die das Anwesen ein bisschen pflegen würden, wäre es ja ein schönes Anwesen, ne? Obwohl ich sagen muss, ähm, es wäre mir, hieß Pulver sehr schön, es wäre mir etwas zu groß, ne? Also ich würde, glaube ich, ich würde jeden Tag Haus-Partys machen, oder ich würde einfach Leute fragen, ob die bei mir einziehen wollen. Also wären wir doch ein bisschen zu... Also, dass die oben wohnen und ich unten oder andersrum, weil unten wird schneller eingebrochen, dann wohne ich oben. Und unten, wenn dann mal ein Einbredscher kommt, ja. Ne? Ah, das ist schön. Das käme ja hier, das Gebäude, ne? Da sind wir ganz am Anfang reingelaufen. Ich gehe, ich gehe gleich zum Wohnwagen. Ich würde nochmal ganz kurz hier... Obwohl, wir gehen jetzt erstmal zu... Ich glaube, hier müssen wir weiter. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zum Wohnwagen. Ah, hier ist doch die alte mal rumgelaufen. Okay. Oh, das ist ein Save-Point. Was ist das? Defekte Pistole. Was bringt die uns? Ich nehme die mal mit und mache die defekte... Ah, okay. Wir können die wieder reparieren. Ist die stärker? Oder geht meine irgendwann kaputt hier? Geht die irgendwann kaputt? Okay, die machen wir erstmal hier rein. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ist jetzt die Frage, ob wir die Schroth... Ich glaube, die Schrothflöden lassen wir auch erstmal hier. Erstmal, ne? Erstmal zur Sicherheit. Pistolen-Muni haben wir jetzt auch nicht. Antike Münzen. Ich weiß auch, null. Was wir mit den komischen Münzen machen. So, was haben wir hier noch? Schönes. Wir haben hier ein Tile. Was ist das? Vielleicht gehört er so wie. Das ist aber auch... Gefällt mir nicht der BH. Den würde ich nicht tragen. Du, also bitte. Ja, erstmal eine Pizza bestellen. Ja, ich hätte gerne eine Pizza Margarita. Okay, keiner dran. Okay, was ist das jetzt hier? 3 5 Ah, Moment. Warte mal. Ich glaube, ich verstehe. Bin mir zwar noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube... Das lesen wir gleich. Ich glaube, ich verstehe. Das braucht... Er wird dauerhaft die maximale Gesundheit. Ja gut, die Nachladegeschwindigkeit brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe es... Oder sollen wir die Nach... Ne, wir nehmen hier... Die Steroiden. Aha. Mhm. Das ist cool. Oh, nehmen wir natürlich mit. Und dann machen wir jetzt erst mal... Die antiken Münzen hier wieder rein. Eine Steroide, die können wir gleich mal hier uns reinpfeffern. Alihobsala. So, hier haben wir jetzt nichts mehr Interessantes, außer einen ekligen... Ah, fuck. Alte antike Münze. Moment. 44 Magnum, denke ich mal. Äh, viel Rückschlag und hohe... Was ist denn Mannstopp-Wirkung? Was ist denn das? Ja, ein DV... Äh... DVD-Abend können wir jetzt nicht machen. Für sie ist es zu spät. Hat das Zoe geschrieben? Hat ihr Zoe gewohnt? Kann das sein? Kann das sein, dass hier Zoe Unterschlupf gesucht hat? Wir gucken mal. Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Ich denke mal, ähm... Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia... Die weiß etwas. Die Mia weiß was? Okay. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Okay. Wir haben jetzt herausgefunden, dass wir die Möglichkeit haben, das Virus zu heilen. Also zumindest die Leute, die infiziert sind, können wir heilen. Jetzt ist aber die große Frage, die ich mir stelle. Ist das schon bei einer extrem fortgeschrittenen Infektion? Ich sag Infektion. Also bei einem extrem fortgeschrittenen Stadium oder geht das wirklich nur, wenn es am Anfang ist? Weil dann können wir vielleicht die Mia wieder heilen. Wir wissen... Telefon! Gut, gehen wir mal ran. Hallo? Du lebst noch? Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja, ich höre mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann hier nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Sie auch? Und das gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was sie mal ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich mir helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst du es nicht verfehlen? Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Ich habe ein ganz doofes Gefühl. Darf ich mein Gefühl jetzt mal sagen? Wir reden die ganze Zeit von ein Serum. Von ein. Sie, also Zoe, Ethan und mir. Wir hätten die Möglichkeit, drei Menschen zu heilen. Und ich denke mal nicht, dass, denke ich mal, wird ja eine Spritze oder sowas sein. Dass eine Spritze reicht. Ich habe das Gefühl, dass sie, dass die Zoe weiß, dass es nur ein Heilmittel gibt. Ich glaube, sie weiß es. Ist nur ein Gefühl. Ist jetzt nur ein Gefühl. Kann auch sein, dass es totalen Bullshit erzählen. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns am Ende entscheiden müssen, ob wir uns selber heilen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns irgendwann damit... Oder schon infiziert sind. Vielleicht wissen wir es noch nicht. Vielleicht sind wir ja infiziert. Obwohl, ich glaube, wir sind infiziert. Weil unsere Hand wurde ja abgemacht und die wurde ja wieder drangenäht. Und wir können uns jetzt durch Kräuter wieder heilen. Ihr seht es ja hier, unsere Hand wurde wieder dran. Ich glaube, wir sind auch infiziert. Wir sind aber noch nicht so weit infiziert, dass wir schon Hallus haben oder Mordlust haben. Also bei uns ist es, glaube ich, noch relativ am Anfang. Und ich habe das Gefühl, weil wir reden die ganze Zeit nur von einem Heilmittel, dass wir am Ende die große Entscheidung treffen müssen. Ich bin gespannt, wie schon gesagt. Das kann natürlich totaler Unfug sein. Okay, und die Mutti sucht nach uns. Das heißt, das Haus leuchtet mich da so an. Moment mal, ist das die Brücke, wo Zoe drüben... Das ist die Brücke, oder? Nee, hä? Was ist das hier? Eine Münche. Oh, was ist denn das? Hä? Was ist denn das jetzt? Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung, zur Arznei verarbeiten. Okay, damit können wir Arznei bauen. Aber was ist hier hinter? Ich würde ja gerne mal wissen, was... Eine Waffe, glaube ich. Ich glaube, eine Waffe. Okay, wir brauchen eine blaue Schlüsselkarte, denke ich mal, und eine rote Schlüsselkarte. Okay. Hier ist auch noch ein Weg. Aber hier... Ich glaube, hier geht es ganz raus. Bin ich jetzt einfach mal der Meinung, ne? Was ich sage, das stimmt! Ich würde gerne nochmal hier nochmal gucken. Wir müssen halt aufhören, wie schon gesagt. Die Mutti sucht nach uns. Der Daddy wird, denke ich mal, auch wieder... Oh, was ist da? Oh, okay. Protest für... Lässt sich nicht öffnen. Wir müssen hier eine Zahl nachbilden. Mit der Münze. Nein. Hä, hallo? Ne, oder? Oh, da könnte man mal Zeichen machen, ne? Aber macht keinen Sinn. Ich... 1, 3, 5, 4. Er fehlt 1, 3, 5, 2, 4, ne? Die Pflanze. Hm. Okay, ich glaube, das hilft nicht. Wir brauchen dafür einen Gegenstand. Und ich denke mal, damit lässt sich hier die Kiste öffnen. Das ist noch ein Rätsel. Okay, 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 okay. Gucken wir mal hier noch weiter. In jeder Ecke. Ne Pflanze. Da haben wir wieder Kraut. Mich Kraut. Aber... Gucken wir mal. Okay, wir können... Was haben wir hier? Beidungsmittel? Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen? Okay. Das heißt, man könnte jetzt... Dann kriegen wir ein Spaltungsmittel. Und nochmal Arzneimittel. Aber es bringt uns ja jetzt erstmal nichts. Oh, was ist das hier? Oh, eine antike Münze. Oh, lohnt sich richtig, in jede Ecke zu gucken. Das mache ich in jedem Spiel, ne? In jedem Spiel. Jede Ecke wird angeguckt. So. Was haben wir hier noch so schönes? Hier wird es dunkel. Dunkel gefällt mir nicht. Das ist die Brücke. Glaube. Moment mal. Ich mag die Brücke nie. Hab ich ja schon mal gesagt. Aber wir müssen, glaube ich, hier drüber. Dann machen wir doch mal. Okay. Die Mutti sucht nach uns. Und wir wissen ja eigentlich, wir haben die Mutti ja von oben immer gesehen. Wo ist die jetzt? Ja. Ich sag mal so, ne? Also. Das ist schon, ähm... Das ist schon normale Deko, würde ich schon fast sagen. Das könnte normale Deko sein hier. Die Püpplein. Na du? Kleiner Racker, du. Ja. Ist halt nicht, ähm... Jedermanns Geschmack. Aber, ja. Kann man als Deko gelten lassen. Ist okay. Flintenmunition, sehr schön. Und die, die, die Flintenmunition müssen wir uns, glaube ich, enorm aufsparen. Die Flintenmunition sollten wir echt nur, ja, in Bossfights am besten immer verwenden. Denn das Problem ist, wir wissen es ja vorher nie, ob ein Boss... Oh, ih, was sind das denn für... Ih, piss dich. Oh, ih. Oh, ih, sind die Viecher eklig. Oh, die tun mir nichts, ne? Sind halt einfach nur eklig. Was ist das hier? Ein Flammenwerferplan. Okay. Ich glaube, einen Lötkolben brauchen wir vorne, ne, oder? Ne, Schweißbrenner könnte das sein. Lötkolben, äh, Lötkolben würde keinen Sinn machen. Vorhin einen Gastank dran. Okay. Das ist schön, das gefällt mir. Und hier war auch der Keller, wo mir, äh, langgelaufen ist. Das Haus sieht aber auch nicht mal ganz rene aus hier, ne? Ii. Geht mal weg. Wie, das ist irgendwie ein ekliges Nest. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich komme anders gar nicht. Ich glaube, wir brauchen einen Flammenwerfer, oder? Wenn ich jetzt hier durchmache. Ne. Okay. Wir kommen hier nicht durch. Okay. Für den Weg brauchen wir einen Flammenwerfer. Gut. Hä? Ja, Aua! Aua! Okay, das geht nicht. Scheiße! Okay! Ah, sie ist oben, okay. Ah, wer ist sie? Hä? Aber dann können wir hier doch gar nicht weit, hä? Wie ist das? Besteht das gerade noch nicht so ganz? Wir können ja nirgendwo weiter. Hallo? Also hier komme ich nicht weiter. Kann man die Kisten hier runterwerfen? Weil es sieht irgendwie ganz stark nach dem Weg aus. Es klappt aber auch nicht. Ich verstehe es aber noch nicht. Wer ist sie? Verstehe ich nicht so ganz. Das ist die Mutter? Aber wer hat das dann hingeschrieben? Also wer weiß? Da muss ja einer hier im Haus sein. Da muss ja Zoe hier jetzt auch sein. Und die müsste das hier für mich hingeschrieben haben. Oder... Kann man die Nester? Hä? Okay, ja. Äh, das klären wir dann in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ, akutativ. Bis dahin, haut rein und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.